Wir kommen jetzt ins Fernsehen! So Leute, hier sind wir bei YTV und heute in Wirzel. Rainer ist hier und macht ganz komische Faxen. Das macht aber gar nichts. Hütte Zoll, die Hütte kann ich sagen. Scheiß halt. Nille ist der Bruder von Karsten. Karsten mal in der letzten Serie. Ganz groß, sag ich halt. Wenn ihr hier was so überguckt, das ist natürlich total voll heute Abend. Der guckt ganz schön blöd. Und das finden wir geil. Weil die Leute machen mit und das kann wirklich Spaß. Und das macht ganz schön blöd. Und das macht ganz schön blöd. Und das macht ganz schön blöd. Alle Hände, die Hände! Und das macht groß, sag ich halt. Das finden wir Up. Und das macht groß. Vad? Semwlicht! Semwlicht! Somwlicht! Das ist ja Freude-Fest heute Abend und dann ist natürlich 21.11 Freude zum Essen. Und Andre, wie sieht das aus? Krass. 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018